Willkommen zu meinem schönen Video. Ich mache heute die Cola-Container. Die habe ich hier aus so einem Buch. Warte, ich gucke mal nach vorne. Hier, ich hoffe, man sieht es. Hier aus einer Seite. Ich gucke mal, ob ich die schnell finde. Ja, warte. Hier, so sieht das Buch von innen aus. Ich habe hier schon durchgelesen. Ich hoffe, die Cola-Container geht jetzt nicht so los. Das ist ja witzig. Die Cola-Container ist schon in der Cola eingebaut. Das ist ja witzig. Oh, nicht umküppeln. Jetzt muss ich mal hoffen, dass ich das jetzt schaffe, das hier rechtzeitig da rein zu tun, weil die startet sehr schnell. Da weiter bröseln. Solltet ihr vielleicht auch machen. Das ist leicht, dann das da rein zu tun. Das hat super geklappt, Leute. Ähm, warte. So, genau. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.